Der türkische Spitzenklub Besiktas aus Istanbul hat sich mit dem 19-jährigen Muhaja Oktaj von Fortuna Düsseldorf verstärkt. Der türkische Spitzenklub Besiktas hat die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Muhaja Oktaj von Fortuna Düsseldorf bekannt gegeben. Der 19-Jährige unterschreibt in Istanbul einen 4,5-Jahres-Vertrag bis 2023. Der türkische U2-1-Nationalspieler kam in dieser Saison bislang nur für die Jus 2-3 der Fortuna zum Einsatz und absolvierte in der Regionalliga West 10 Partien. Über die Ablösesumme vereinbarten beide Klubs Stillschweigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017